Silowagen gehöre neben Taschenwagen zum Transport von LKW-Trailern seit Jahrzehnten zum gewohnten Bild auf den Schienen Europas. Der Vorteil der Wagen besteht in der einfachen Beladung bzw. Entladung. Den Silowagen, der Bauart UACNS mit der Bedruckungsvariante der Dückerhoff GmbH hat NME, die Nürnberger Modelleisenbahnen GmbH, als Epoche 6 Modell aufs H0-Gleis gestellt. Das NME-Modell besticht durch eine trennscharfe Bedruckung und Lackierung. Viele Details wie die korrekt nachgebildeten Auslastrichter, die Bremserbühne mit Rangiergriffe, Einfülldeckel auf dem Dach, Entleerungsgestänge sowie die Nachbildung realistischer Seilanker vervollständigen den exzellenten Gesamteindruck dieses H0-Modells. Absolutes Highlight sind die superfeinen, aus Metall geäzten Laufgitter auf Bremser, Bühne und Kessel, einschließlich Aufstiegsleiter mit Sicherung gegen unbefugtes Betreten des Kessels. Der Silowagen hat eine Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Mit dem Silowagen UACNS in verschiedenen Bedruckungsvarianten stellt NME dem ambitionierten Modellbahner ein modernes Fahrzeug der Epoche 6 aufs H0-Gleis. Ganzzüge, gebildet aus attraktiven Silowagen von NME, sind der Hingucker auf ihrer Anlage. Dieser Silowagen UACNS wird unter der Artikelnummer 503741 bei xtrain24.de angeboten.